so willkommen zurück bla 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 läuft so ja ich habe einen neuen lapis lazuli blöcke gebaut ich könnte es mir leisten ich gönner aber irgendwie denke ich mir gerade so scheiße ich wollte das nach vorne setzen müsste demnach das eigentlich auch nach vorne sitzen müsste demnach alles eigentlich nochmal um eins vermehren was irgendwie nervig ist und ich eigentlich darauf kein bock hält obwohl ich würde es ja nicht vermehren doch würde ich oder auch nicht oder nicht doch oder ich lasse es einfach so wie es war ich glaube ich lasse es wie es war ich habe mal viel zu voll erstmal ein screenshot gemacht warum macht man ein screenshot ja warum warum komme ich da drauf ich weiß ich nicht warum muss ich wissen ja klub 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 Ich muss sagen, die Schallblatt hat ja sehr gut gedönert. Die läuft schon eher. Sehr gut gedönert. Gedönert. Du hast gerade nicht ernsthaft gesagt. Nein, habe ich nicht. Gut, ne. Ja, habe ich mir gerade auch so gedacht. Das brauche ich gerade nicht. Essen habe ich. Klimp, boi, klimp, 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 klimp. Du kannst ja besseren Hightech-Content geben, ja, mein Freund. Ja, und mich eben auslachen und fertig machen. So ein gehässiges Arschloch. Das muss ich jetzt echt meiner Mama sagen, ne? Finde ich jetzt echt nicht okay. Mach es, mach es. Bringst du sowieso nicht. Aber nicht. Wenn deine Mama da ist und so, bringst du nicht mal mehr ein Wort raus. Also schaffst du nicht mal. Dann ist deine Kehle wie zugeflogen. Nein, das ist keine Frechheit. Das ist das, selber. Arrogant. Ich bin nicht arrogant. Jetzt würde ich arrogant sein. Das ist ja eine völlige Unterstellung. Wie lange war ich schon nicht mehr im Neser? Äh, Neser. Nö, da. Im Niesen. Ach ja, hier ist ja die schöne Geschichte bei dir. Ich lache mich immer noch weg, wenn ich das mal sehe. Ich baue mir einen Weg nach oben und Sora läuft mir in die Spitzhacke und stürmt und er weint. Da, 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 da. Bist du schon ein Schwein? Ja, du bist ein Schwein. Dschung. Das hört jetzt nicht. Und du warst schon. Ja. Oh nein, was fickt mich gerade? Wie, bist du behindert? Hör auf. Das verletzt Menschen. Aber Karl. Das tötet Menschen. War klar, dass du das kennst. Ich weiß. Jetzt dachte ich eben, ich habe schon wieder irgendwas gedrückt, aber das ist nur die Weltspeicherung. Luft, Freiheit oder es regnet. Tja, ich, du frag nicht nach Sonnenschein, ne? Du hast ja nicht mehr gefragt, wie ist der Winter. Jetzt suche ich so verzweifelt ein Schleimdingensbatzen, der springt, und dann ist hier keiner. Ja, da ist das Winterstoff. Ich frag mich, was du kommst. Ich glaub, der dann so, oh, der hat langweil. So ein, äh, Schweinezombie bei mir rennt die ganze Zeit. Im Kreis, also seinen eigenen Ringelschwanz jagen. Und wie ist das Hypnotisier? Ringel, 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 mein Ringel muss erstrehen. Oh, hier ist ein Abgrund. Entweder WhatsApp oder Minecraft, ich muss mich entscheiden. Mein Gra, mein Gra. Komischerweise, finde ich hier grad keinen. Hm. Kling. Find ich grad keinen Schleim. So, das sollte das nicht sein. Hab ich ja eigentlich auf meinem Schwert, Schärfe 2. Oh, um zu wissen. Da ging's Mikrohauen, deswegen. Typische Angstreaktion. Erstmal ging's Mikrofon auf. Leuk, wie rekt es nicht? Hm. Ich weiß nicht. Das sieht echt gut aus. Hab ich das gemacht? Was? Boah, darf ich da ein paar Schweine dezimieren? Von meiner Schweinefahne? Ja, das sind ja sau viele. Sau viele. Ah, das ist was du erwartet. Das ist ein Gedanke kam jetzt echt niedlich. Aber der war gut irgendwie, ja. Ähm, auf jeden Fall, klar, da hast du. Ja, aber... Ich will erst mal das ganze Zeug ablegen. Wollen wir zusammen den Neto erkunden gehen? Also, nach einer neuen Festung? Dort ist ja eben grad voll Bock drauf. Aber ich will jetzt erst mal hier das ganze Zeug ablegen. Oh, wir haben schöne Diamanten langsam zusammen. Ja, reicht für meinen, äh... Ich würde sagen, dass wir die erst noch ein bisschen sparen. Natürlich. Zwinker, zwinker. Natürlich sparen wir. Ich meine, wir sind zum Sparen gezwungen, ne. Ich meine, das Nether-Tor ist eigentlich auch verbuggt bei mir. Aber auch, kenne dich. Es funktioniert. Sieht komisch aus, aber es funktioniert. Hm? So, aber... Achso, du hast bestimmt, glaub ich, eben dein... eigenen Turm belobigt, ne. Mit von wegen sieht es gut aus, oder? Oder meinst du? Nein, das Haus. Achso. Ja. Datamogutima. Beton und Licht auf hier. Folgendes dach. Ach ja. Schade, dass eigentlich die Aufnahme echt nicht geklappt hat. Also, dass da so voll... Uh, Asynchronität da war. Mein Artikulieren klappt halt auch wieder sehr professionell und gut. Wie man, das mit den Schildern hast du noch nicht gemacht? Wollte ich gerade. Ich bin extra aus dem Nether angereist gekommen. Machst du das gerade jetzt? Oder? Ne, ne, ne. Sag mal, wo soll ich die hinplätze? Ach, wo du willst. Ja. Mitten vor deinem Face oder so. Nein. Wir haben doch... Ich glaube, noch viel Platz. Ja, ich würde gerade sagen, Schlafgemach ist ja nicht viel los. Deshalb würde ich sagen, ähm... Ach. Gut, ich ziehe mir immer die Schweine. Warum schreibe ich immer Ende? So. Minus 705. Aber x, y und so muss ich nicht schreiben, oder? Ich meine, da kann man sich, glaube ich, auch denken. X, y, z. Wie nenne ich das? Also, die End habe ich geschrieben, und das andere Mops-Spawner, oder, 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 oder wie? Spawner erst mal. Spawner. 1. Ähm. 170. 130. Hedus. 43. Spawner. 2. Äh, 127, 35, minus 2, minus 3, oder? Ich brauche gleich mal für mein Pferd ein eigenes Gehege. Ja gut, das ist da nun mal, ne? Ich meine, du weißt... Ich glaube, das ist ein bisschen nervig, wenn du es da die ganze Zeit... Fürs Pferd, oder was? Ja, das ist für sich nervig, wenn du es da rumgammelt. Jetzt tun wir nicht so, als wärst du irgendwie ein Doktor, oder so, weil du es mit Tieren kommunizieren könnt. Oh, fuck. Wenn der Pferdepflusch da war. Mhm. Ich hab mein Pferd umgebracht. Echt jetzt? Muss ich mal gucken. Ja, ich dachte grad. Also, schade. Sag mal, bist du denn des Wahnsinns? Wenn du denn alles wieder füttern? Du... Ey... Hallo? Was denn? Ja, ich meine... Das ist auch eine gute XP-Farm und alles und so. Und du machst... Ich meine, das ist eigentlich und so... Du hast gesagt, ich dezimier mal ganz gut und ich will wieder alles verfüttern. Ja, du kriegst fürs Dezimieren und fürs Füttern Dingens und das gefällt mir grad echt nicht. Achso, das gefällt dir nicht, pferd? Ne. So, Fleisch... Aber ich wollte ja eigentlich sowieso mal irgendwann eine andere... Also, ne... Zwar immer noch eine Zucht haben und so, aber irgendwie woanders hin platziert und so. Dass sie auch irgendwie... Keine Ahnung. Das war... Ich gebe Essen. Oh, sie muss viel größer machen, dass sie sich nicht gegenseitig auf die Eier dreht. Ich meine, könnte man ja eigentlich bis dahin gut nutzen. Aber ich glaube, ich werde irgendwann mal anfangen, ja, das auch mal größer zu machen. Du musst in diesem Ficken, das ist doch richtig Ficken, Mann. Oh ja, Fickt euch sowas. Ich sag darauf bewusst schon gar nichts mehr. So, die Schweine... Ach nee, die Schweine mögen doch Karotten, ne? Genau. Ach ja, war ja was. Genau. Vielleicht noch Karotten holen. Aber erst mal die Hühner ficken. Los, Fickt euch, Fickt euch, ja. Oh ja, Ficken. Genau. Guck mal, hier sind noch Eier, oh ja, oh ja, oh ja. Genau. Da habe ich nochmal 16 Stück. Da habe ich nochmal 6 Stück. Genau. Und das war's mit Eiern. Oh ja, habt ihr gut gefickt. Oh ja, guter Fick für euch. Gut. Dann brauche ich noch Karotten. Ach, man sieht jetzt auch immer, was man kriegen könnte. Ja, das meine ich ja, das ist alles anders und besser geworden. Na ja, ob es besser ist, so eine Sache, aber na ja. Ist auf jeden Fall interessanter. Wenn du 30 Level hast, du kannst dann was für Level 30 aufrusten, auf upgraden und es zieht nur 3 Level oder so, ist es ja besser. Also du hast ja dann immer noch Level. Sag mir, du hast 33 Level. Ich weiß schon, was du meinst. Wenn du was für Level 30 upgraden, dann hast du nur noch 30 Level, aber hast trotzdem dieses Upgrade, obwohl es eigentlich 30 kosten würde. Mach gut. Ja, hast ja recht. Ähm, schon. Hm. Oh, ich glaube, das geht so nicht, ne? Doch. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das dürfte ich ja theoretisch schon nicht mehr den hier kriegen im Moment. Okay, Pferdi, dann. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich sag mal nichts, ne? Mir fehlt Licht. Ich darf nochmal laufen. Keine Idee, was wir mit diesen Lightstone-Dingern machen könnten. So Laternen ums Haus herum. Ja, und die dann mit solche, äh, ne, hier, Trapdoors irgendwie umhüllen und so und das ist dann wirklich aussieht wie eine Laterne, ja. Finde ich auch gut. Gut, dass wir auch in Neter gehen. Oh. Okay, ich bin dafür, dass wir unsere Farm erstmal so ruhen lassen, weil wir haben echt so viel Zeug. Welche Farm? Unsere Tierfarm? Hey, die Farm draußen da. Achso. Ja, klar. Dass wir da erstmal gar nichts mehr machen, weil das ist echt. Ich kümmere mich sowieso derzeit so selten drum. Also, eigentlich so selten wie selten. Nee. Momentan. Und so. Ach, übrigens, du brauchst jetzt nicht so Tierform kommen und irgendwie irgendwas blenden oder so. War eh schon. Ist okay. Ich meine, früher oder später wollte ich sowieso hier was machen. Also, von daher. Ja. Hallo, Zobi. So, naja, ein bisschen mehr ausgeleuchtet. Natürlich kann man noch Mesa-Di-Closed-Down-Latern machen. Ich glaube, das wäre eigentlich auch mal so eine Idee, so ein Schild zu nutzen. Hey. Ich kann mir so schlecht vielleicht mal irgendwie... So ein Aufgabenbord-Tür zu machen, von wegen Closed-Down-Latern. Ja. Aha. Aha. Closed-Down. Materne. Hast du den gerade verzaubert? Oder gemacht? Hört mal ein Schwert Herbert genannt. Hihihihi. Du hast du jetzt das... Achso, du kannst es ja so um... Wo ist das Namensschild? Hab ich auch. Warum? Ich will mal ein Pferd. Warum? Ich will das Penis-Kopf nennen können. Bist du... Sag mal. Hast du noch alle... Lagnation? Ah, ich wollte immer noch einen Trank machen. Ja, ne, eigentlich. Ach ja, mir fehlt immer noch die Mac-Mac-Mac-Mac-Marcreen. Hm. Er finde ich hier ziemlich unverschämt. Das fängt mich da gerade an. Oh. Also seid ihr grün? Ich kann... Wein essen geben, damit die wachsen, oder wie? Wem kannst du essen geben? Wein essen geben, damit die schneller wachsen, oder wie? Leu. Wir haben ihn neu. Ja, keine Ahnung. Wenn ich den Essen gebe, dann leuchten die so krön. Oh, aber wie viele denn noch, Mann? Oh, ich hab einen Bon getroppt bekommen. Kannst du mir mal das Zeug geben, was du da gibst? Ich bin nicht alt, Dio. Keine Ahnung. Keine Ahnung.